hallo leute und willkommen zurück ich bin's wie immer jan und ja zweiter part von nauto ultimate ninja storm 3 online ja ich habe jetzt macht es immer jetzt wenn es ladet schon nehme ich auf weil ja sonst wird das ein bisschen knapp mehr auch so man hat ja nur 30 sekunden ist wieder so knapp weil ich einfach keine ahnung wie ich nehmen soll ich nehme jetzt einfach mal zweiten ok dann nehme ich ihn noch und die haben alle nur verteidigung ja komm du naja zwei die blocken fast auch und ja mal gucken das könnte jetzt ein ziemlich schwerer kampf werden der war rang 33 der gegner oder erst rang 33 so mit nerdy egal und ja wenn es dann halt so ist wenn es zu scheiße ist also nicht zu sehr verkacke dann werde ich einfach ja mir einen anderen suchen ich spiele gegen welche wenn ich gut gewinne gut ist klar dass ich dann gegen die noch mal mache mir macht es halt mehr spaß aber ja ja gegen gegen wenn ich halt so verliert dann macht es halt eher weniger spaß ja ich bin jetzt wieder voll bei der sache so das hasse ich ja nicht wie wenn die das so machen das finde ich einfach nur ich werde auch wenn ich gut gegen ihn spiele ich werde gegen ihn ja nicht mal spielen weil ich dann angst habe dass normalen er nimmt und wieder so spielt weil ich finde das einfach nur weil ich tauschen mach mache ich einfach ja gut gut das werde ich jetzt eigentlich nur machen brauchen aber egal dann müssen wir es nicht tauschen und ja ich weiß jetzt beim ich zwar ein bisschen mit den jutsch aber es mir scheiß egal ganz ehrlich so nein scheiße zeichen nicht nachgedacht gab egal das was mir kurz gehen war jetzt glaube ich ganz schlau eigentlich ich hasse sowas wieso zu spamming jetzt weiß ich auch wahrscheinlich wieder das geschafft hat so ein rang zu wehren einfach weil er ganze zeit gespammt hat ich weiß ich werden zwar jetzt auch aber ich muss nur weil er es macht ohne witz ich habe hier die leute nicht die das machen das ist doch einfach nur langweilig so bitte trifft ja war klar ja wahrscheinlich auch nicht doch es trifft sogar nice vielleicht habe ich den kampf sogar noch gewonnen nein ganz knapp überlebt das ganz ehrlich ich versuche vielleicht vielleicht welchen oder noch versuchen zu sehen aber ja ich mag das einfach nicht gut ich bin jetzt wahrscheinlich sogar mehr als er nur er macht es halt wenn ich tausche und so was finde ich halt einfach mehr mit neji dann kann er mir mit fern bleiben ohne witz ohne witz so normal normal ist nicht weil wie gesagt ich hasse spammer eigentlich selber und ja so nein denied 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 versuche aber jetzt nicht trotzdem nur noch zu sparen das wäre auch noch ein bisschen scheiße aber jetzt bin ich echt schon wieder so kurz vorm rasten weil ich habe bin was heißt ich habe ich bin ausgewichen das ist das ist einfach wieder so sagt dann denke ich mir spiel weißt du was leck mich einfach am arsch ich hätte dann naja egal habe ich mir jetzt wieder ein bisschen aufgeregt ich hoffe das wird nicht zuerstören und ja dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten kampf weil gegen den hier werde ich auf jeden fall nicht nochmal spielen und ja dann bis gleich ja so da bin ich wieder und ja ich hoffe mal der gegner wird jetzt nicht so nervig sein wie der letzte ich weiß wie gesagt ich habe mehr wahrscheinlich gespamt als er aber naja trotzdem so wie er gespielt hat dort fand ich nicht ganz so toll komm ich nehme mal hier einen von den von den von den halt noch von den hier von den von den mein gott und ja das ist auch wieder so toll ich jetzt wo ich aufnehme kommen dann die ganzen leute wo ich echt keinen bock drauf habe und wie gesagt ja ich weiß nicht mehr gespamt habe aber er hat ja dafür scheiße gespamt sage ich jetzt mal das hört sich so komisch an aber naja meines erachtens war es so egal auf jeden fall hoffe ich mal dass es zu schön ist und ich kann schon wieder nicht reden toll ja wenn ich offline zocke oder so oder mal live stream machen weil das dann auch mal doverweise beim elektron ich mache es deswegen auch nicht so oft ja dann habe ich eigentlich relativ normale gegner zwischendurch klar ist immer mal einer aber normal geht es da eigentlich aber hey was soll man machen ne so 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 nein zack ich wollte gar nicht ein ninja zu machen ich wollte eigentlich ein ninja sprint machen doof gelaufen so ich will auch gleich mal einen wurf machen also scheiße ich brauchst es eigentlich nicht mehr zeigen die attacken würde ich sagen weil ich denke mal na gut ist so lange schon raus das wird werdet ihr alle schon gesehen haben aber naja trotzdem mal ein bisschen so naja sieht man nicht nur das gleiche alter wie konnte er noch senken hilfskarakter und attacke machen alter ich war kackert wieder aber der ist auch noch im spam na den hier werde ich wenn ich jetzt verlieren noch eine lektion erteilen weil der dafür nicht so gut ist puh das war knapp so jetzt aber einmal eine luft combo bitte nein genau dann kommt nein genau dann kommt sein nächstes charakter das musste ja jetzt so kommen gerade wo ich die luft combo machen wollte aber gut das war auf jeden fall nicht schlecht auch wenn er wahrscheinlich sogar so eine random eingesetzt hat eingesetzt hat mein gott werden reden jan ich weiß jetzt mal gut ich hab auch wieder volle balken so nein lol der hat der hat echt getroffen wieso hat der getroffen ich hab getauscht mehrmals ich glaub das spiel will mich heute richtig abfacken ganz ehrlich heute wo ich jetzt unbedingt mal aufnehmen muss auch weil ich hab jetzt in den nächsten Tagen keine Zeit mehr weil ich ja auch da hochladen muss fuck mich das game einfach nochmal richtig ab ey das geht gar nicht aber egal ich zeig dem jetzt nochmal ich will nochmal eine lektion erteilen ich nehm jetzt einfach einen wo man zur not auch noch ganz ok mit spam kann ist mir ja scheißegal aber warum muss ich denn jetzt gegen erstmal gegen spam gegner dann auch noch ist das so dass einfach die attacken treffen obwohl ich ausweiche das ist ach ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht das spiel will mich heute echt äh mehr als nur abfacken aber naja ich versuch's trotzdem so damit durchzukommen ganz ehrlich jetzt nehme ich dafür auch noch einen nervigen hilfskarakter und zwar Kimi mao kann ich zumindest kombos mit ja toll ich hätte mal lieber nachdenken sollen bevor ich ihn genommen hätte weil wofür kombos breaken er macht keine kombos er spam nur der gegner verdammt egal passiert zum glück bin ich noch nicht am rasten ich bin zwar schon fast am explodieren aber ich kann's noch gerade sehen mit Humor nehmen einfach für euch schön wieder den Rekage wieder zum spam ja diesmal wird's hoffentlich besser klappen ganz ehrlich und wenn ich jetzt nochmal verliere entweder weil's rumspackt oder einfach voll gespammt hat ganz ehrlich ist mir scheißegal ich werde vielleicht dann den nervigen Vater auch nochmal gegen ihn kämpfen ich weiß es noch nicht aber so ja ey so warum hab ich getauscht wow ok das war knapp so das wollte ich zwar eigentlich gar nicht aber ey so jetzt komm alter wie wärs wenn du aufhörst das ganze abzuhauen ja komm so jetzt aber mal ne Kombo bitte so bitte ne Luftkombo schaffen nein man ach ja Kimimaru du hast viel gebracht so ich versuche ja ne ich versuche jetzt nicht zu spamen so das hätte ich jetzt unvergefunden wenn es getroffen hätte what WTF lol wieso ich lasse es jetzt mal auf mich ergehen weil der wird genau mich einfach nur wegschmeißen dachte ich mir eigentlich so klicke das erstmal in die Fresse dann das was eh nicht trifft ich setze jetzt einfach alles ein und Ultimate das wird eh nicht treffen war klar so jetzt mach du mal deine Attacken ja natürlich der Griff klappt natürlich nicht sowieso auch schade ja jetzt fail ich hier wieder richtig ich will nicht gegen Spammer verlieren das ist ich finde das nicht gut so ich geh jetzt einfach mal in der Wachmodus ist mir egal es wird schon irgendwie klappen denke ich mal hoff ich uh ok das ist ein großes Hi Hi so ja komm ich seh gar nichts das ist auch von Vorteil total ja komm ja muss ich erstmal wieder aufladen ok ich weiß ich würde es wahrscheinlich sogar noch verkacken werden weil ich in der Wachmodus gegangen bin irgendwie könnte ich es mir zumindest vorstellen so jetzt komm warum hat er warum hat er irgendwo Vorrang ich boah ich komm grad irgendwie voll nicht klar ich seh nichts wegen seinen Charaktern und boah fuck die Wand an so ich spam jetzt auch leck mich alter klar ich versuche es jetzt irgendwie noch zu gewinnen ich werde es eh nicht schaffen so komm das wird echt knappes Game ich probiere es einfach Mann jetzt hör mit deinem Schulkin auf ich werfe aufschrickeln so komm das trifft ja es hat noch getroffen ok das könnte jetzt ein bisschen langweilig gewesen sein der Kampf oder überhaupt der Part aber naja ich bin irgendwie auch voll nicht drauf klar gekommen ich habe nichts gesehen und das Spiel hat meiner Ansicht nach ein bisschen gebackt wie gesagt weil eigentlich ich bin ausgewichen und trotzdem Ultimates getroffen und keine Ahnung aber egal weil ich hoffe natürlich der Part hat euch trotzdem gefallen ich hoffe jetzt die nächsten beiden Parts die ich jetzt noch aufnehmen werde werden besser laufen sonst werdet ihr vier Parts haben die so scheiße sind aber ich muss auf jeden Fall das jetzt noch aufnehmen wie gesagt wegen Urlaub da kann ich ja schlecht aufnehmen und ich muss es jetzt in den nächsten Tagen hochladen und dann werde ich da wahrscheinlich keine Zeit mehr haben zum aufnehmen bzw. ich werde auch keine gut meine Leitung ist da auch nicht gut genug für um hochzuladen und um online zu zocken zugleich und ja dann würde ich sagen ja sehen wir uns im nächsten Part ich hoffe ihr wird besser laufen und ich sage es wie immer tschüss bis zum nächsten Mal tschüss bis zum nächsten Mal